Ein schöner Anblick, ich habe es zu sagen, Etwas absonderlich dieses Geschöpf aus Tönen und Toten Und Rezitativen, und Rezitativen Fokalist und Dichter, einer von anderen schrecklich behindert, Verschwenden und täglich ermühen, um es zur Welt zu bringen. Eine Oper ist ein absurdes Ding Befehle werden singend verteilt, über Politik im Duett verhandelt. Man tanzt, wenn Grad und bei Stiche werden melodisch verabreicht. Ich könnte mich damit befreunden, dass man in der Oper mit einer Arme stirbt. Warum, warum, sind die Verse immer schlechter als die Musik? Dieser verdanken sie doch erst die Kraft ihres Aufbruchs. Bei Glück ist es aus, er führt die Wächter, er kennt die Leidenschaft unserer Herzen, Und ihre Weg den Schienen verborgene Kräfte. Auch bei ihm ist das Wort nur ein Stiefkind des Taktstocks. Nur bei ihm ist die Musik nicht mehr Dynamik. Die Pfad der Eben wird ich singt sie mit ihm. Wenn nur die Rezitative nicht hören, Wer mit der stühnden Oblei eine lange Weile, Die sie verbreiten, wenn du schleppen sie sich da hin. Sie haben wieder die Süße der Melodie, Nach den reizend, kraftvollen Rede. Eure Kritik kriegt die Oper des alten Stiefs, Das Akkompagnator Rufes Meisters, Macht die Kraft des antiken Monologes. Der Reichtum des Orchesters macht es höher in seinen Tragödien, Und die Argen sollen sie verschwinden. Das unheimbare Gebrechen unserer Oper Ist dem betäubenden Lern des Orchesters. Seit grünen und Orden verschlickt die Schippen, Die Sänger werden gezwungen zu schreien. Doch der Text, gut oder schlecht, ist ohne Bedeutung. Niemand kann ihn verstehen. Wo bleibt mir gesagt, diese galbener Wetter? Die menschliche Stimme, lasur Instrumentes, Wird vergewaltigt zu Sklavendiensten. Doch in die Tradition, Erseiten Italienischen des Ambers, Der Weltkanto liegt im Sterben. Ein dramatischer Tod. Seine prophetischen Worte scheinen mir stark übertrieben. Bevor sie ein Leben erloschen, Lieber Marosch, lassen sie uns ihre Sänger hören. Wir wollen uns immerhin von der Lebenskraft, Der italienischen Gesangskunst, Ein Windmachel, Gib uns eine Probe deiner Tienenkunst. Sie hören ein Uet, Ein Italienischen Rove, Nach einem Text, Des Meldersdrasio, Es wird die der Worte volltutverschlissen. Adia, mia vita, Adia, Bedeutung, 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und schlacht ich jetzt noch zu Franken, und schlacht ich jetzt noch zu Worte kommen. Ein Fässer schiebt so ein heißes Grütz, Herrscher-Pöger von der Welt, und so ein Süßes, 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 Wenn sie die Frage an Blutmaschinen oder Versenkungen, muss der Speichel für sich, ich bin doch nicht versichert, sei still, in Hand zu schaden, dass die Achter eine längste Kampagne ist, und sind die Schätze in der Leiterin, und sind die Schätze in der Leiterin, und der Hügel in sich die Kräfte, was soll er geben, ein schätze, ich bin doch nicht bergelebt, sie ist die Worte, was soll er geben, sie ist die Zöderin, wie ich kann mit einem Gerät, zu sein, dass du dich nicht wahrerden, wenn ich die Kräfte und die Schätze in der Leiterin, dass die Menschen die Schätze in der Leiterin aus dem Lied, die Bостse in der Leiterin, die die Schätze in der Leiterin, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020